5 wahrhaft schreckliche Dinge, die Elvis Dumbledore wirklich getan hat. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist, dass Elvis Dumbledore wohl der größte Zauberer unserer Zeit ist. Er hat es immer wieder bewiesen, obwohl er einer der beliebtesten Figuren in Harry Potter ist und immer versucht hat, Harry zu beschützen. Er führte den Orden des Phönix im Kampf gegen Voldemort an und opferte schließlich sein Leben, um Snape zu helfen, das Vertrauen des dunklen Lords zu gewinnen. Dennoch hatte Dumbledore nicht gerade einen makellosen Ruf. Tatsächlich hatte er eine ziemlich dunkle Vergangenheit, etwas, für das er sich zutiefst schämt und das ihn wirklich verfolgte. Heute werden wir uns fünf wirklich schreckliche Dinge ansehen, die Elvis Dumbledore getan hat. Nummer 5 Er brachte die Schüler von Hogwarts wiederholt in Gefahr, obwohl er die Sicherheit und die besten Interessen der Schüler im Auge behalten sollte. Der Schulleiter schien sich mehr als einmal in Gefahr gebracht zu haben. Zunächst einmal ließ er den Stein der Weisen nach Hogwarts bringen, um ihn sicher zu halten, obwohl er das begehrteste Objekt der Welt war. Voldemort selbst drang in das Schloss ein, um den Stein zu stehlen, unterstützt von Professor Quirrell. Es gibt nicht eine einzige Person, die er nicht getötet hätte, um ihn in die Hände zu bekommen. Außerdem stellte er eine Reihe von Herausforderungen und Tests auf, um Zugang zum Stein zu erhalten, was im Grunde genommen eine Einladung für jeden war, sein Bestes zu geben, um ihn zu stehlen. Im folgenden Jahr weigerte sich Elvis Dumbledore, die Schule zu schließen, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, obwohl sie vor 50 Jahren bereits geöffnet worden war und mit dem Tod von Myrtle Warren und Tom Riddle zu tun hatte. Alles deutete auf die Schließung der Schule hin, als die Schüler versteinert wurden, aber Dumbledore beschloss, die Schule einfach offen zu halten. Dann gab es noch das Trimagische Turnier. Er hat nicht einmal die Rückkehr des Turniers verhindert, geschweige denn die Tatsache, dass es in Hogwarts ausgetragen wurde. Und natürlich, wie immer, brachte er die Schüler damit in große Gefahr. Es wurde sogar ein Schüler getötet. Nummer 4 Hagrid und Madame Maxime zu den Verhandlungen mit den Riesen zu schicken, war laut Dumbledore ein Fehler. Zwei Halbriesen, die absolut nichts mit den vollblütigen Riesen zu tun hatten, die im Wald lebten, wurden geschickt, um sie davon zu überzeugen, sich dem Kampf gegen Lord Voldemort und den Todessern anzuschließen. Die Riesen wurden nicht nur vom Ministerium grundsätzlich nicht anerkannt, sondern auch von der Regierung als gefährliche Spezies angesehen. Nichts weiter als eine unerwünschte Belastung für den magischen Sektor. Obwohl die Riesen nicht zu den hochintelligentesten Kreaturen gehören, kannten sie ihre Position in den Augen des Ministeriums. Hagrid schien auch nicht gerade der beste Verhandlungsführer zu sein und da die Todesser ebenfalls versuchten, die Riesen zu rekrutieren, ist es keine Überraschung, dass er und Madame Maxime nur knapp entkommen sind, ohne ernsthaft verletzt oder gar getötet zu werden. Es wäre logischer gewesen, wenn Dumbledore selbst gegangen wäre, aber stattdessen hat er das Leben von zwei Menschen aufs Spiel gesetzt. Erinnerst du dich an den Teil, wo ich sagte, Dumbledore hatte eine dunkle Vergangenheit? Nun, seine Familie im Stich lassen war ein großer Teil davon. Ich habe immer gesagt, dass es zwei Dumbledores gab, einen vor Ariana und einen danach. Wie viele von euch wissen, war Dumbledore ziemlich egozentrisch in seiner Jugend. Er war sich seiner unglaublichen Fähigkeiten bewusst und wie weit er im Vergleich zu anderen Zauberern seines Alters war. Er hatte eine Gier nach Macht, die ihn völlig überwältigte und brachte die ehrgeizigste Seite seiner Persönlichkeit zum Vorschein. Nach der Begegnung mit dem gleichgesinnten Gellert Grindelwald waren die beiden entschlossen, die Heiligtümer des Todes ausfindig zu machen und zu vereinen, um die Weltherrschaft zu erlangen. Albus war zwar der Älteste, aber er musste seinen jüngeren Bruder Everforth und seine noch jüngere Schwester Ariana alleine lassen. Everforth war kaum alt genug, um an sich selbst auszupassen, geschweige denn für seine kleine Schwester zu sorgen. Und zu deiner Information, ihre Eltern waren zu diesem Zeitpunkt bereits tot, also waren sie im Grunde komplette Waisen. Albus war das aber egal. Er wollte Größe, Macht, die Versklavung der Muggelrasse. Ich möchte noch hinzufügen, dass es nur durch den zufälligen und vorzeitigen Tod von Ariana war, dass der junge Albus endlich nüchtern von der Erkenntnis wurde, dass das, was er vorhatte, völlig unpraktisch und völlig überzogen war. Unglücklicherweise wollte sein Bruder nach dem zweiten Vorfall nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nummer 2 Dumbledore fand schnell heraus, dass ein Teil von Voldemorts Seele in Harry Potter lebte, was den Jungen im Grunde zu einem lebenden Horcrux machte. Wie viele von euch bereits wissen, ließ er die Seele ruhen, anstatt zu versuchen, einen Weg zu finden, sie zu extrahieren. Er akzeptierte, dass Voldemort, um wieder völlig sterblich zu werden, den Horcrux in Harry zerstören musste, was bedeutete, dass Harry sterben musste. Der Schulleiter zeigte einige seiner alten Werte aus seinen jüngeren Tagen, indem er akzeptierte, dass Harry sterben musste, denn das würde den Tod des Dunklen Lords bedeuten, was ein notwendiges Opfer für das Wohl der Allgemeinheit war. Ich bin sicher, Gellert Grindelwald wäre stolz auf ihn gewesen und ihm hätte das gefallen. Nummer 1 Severus Snape zu bitten, ihn zu töten Dumbledore gab bereitwillig sein Leben in der Hoffnung, dass es helfen würde, Voldemort ein Ende zu bereiten. Dieser Akt wird als sein größter Moment in Erinnerung bleiben und gewährte Snape im Gegenzug das Vertrauen des Dunklen Lords. Doch in Wirklichkeit verurteilte es Snape in mehr als einer Hinsicht. Zunächst einmal hatte die Aufforderung an Snape, ihn zu töten, den bösen Nebeneffekt, seine Seele zu spalten, was ihn unfähig machte, ins Jenseits zu gehen. Obwohl Dumbledore sich ziemlich sicher war, dass Snapes Seele nicht beeinträchtigt werden würde, da er ihn nicht wirklich töten wollte und bereit war zu sterben, ist es doch ein zusätzliches Opfer, das Snape bringen musste. Doch das war nicht alles. Snape wurde dann für die Kontrolle über einen Zauberstab getötet, den er nicht einmal beherrschte. Er hätte Voldemort leicht sagen können, dass er nicht der wahre Meister des Elderstabs war, aber er tat es nicht. Dies ist meiner Meinung nach heroischer als Dumbledores Opfer. Doch selbst nach seinem Tod war Snapes Ruf zerstört. Er würde in die Geschichte eingehen als der Mann, der den großen Elbis Dumbledore getötet und den Orden des Phönix verraten hat. Glücklicherweise gab Snape Harry seine Erinnerungen, um sicherzustellen, dass sein Name reingewaschen wurde und Harry die ganze Wahrheit über ihn erfuhr und welche Rolle Harry in diesem Kampf spielen würde. Zusammenfassend ist Snapes Bitte, ihn zu töten, das Schlimmste auf dieser Liste, wenn ihr mich fragt. Das ist meine Meinung zu den 5 wirklich schrecklichen Dingen, die Elbis Dumbledore getan hat. Sicherlich werdet ihr eure eigene Liste haben, also schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.